Servus, ich bin Zermedi. Antonio hier neben mir fordert mich raus. Überraschungsball FIFA 23. Let's go! Du bist der Heim? Ja, oder? Nimm du Heim schon ausrecht. Ja. Lohne Doppel 6. Ja, das muss sein. Ich bin schon aufmerksam. Farid. Farid. Oh, nein. Farid ist Joker. Bevor wir anfangen, gib mir mal einen Tipp ab. Ich bin optimistisch. Dass ich gewinne. Tja. Ich glaube, ich gewinne schon. Mit so sechs, sieben Toren Abstand, glaube ich, kriege ich schon hin. Kriege ich schon hin, glaube ich. Oh mein, ja, komm. Das ist die Scheiße. Wohin rennt er? Du brauchst das sogar, gell? Ja? Normalerweise. Boah, was ist das denn? Boah, da hast du Respekt. Boah. Oder wenn ich hier verliere, das werde ich niemals hochgeladen. Niemals. Scheiße. Geißte. Geißte. Ferry. Oh mein Gott. Ja, ich lasse ein bisschen ein paar Tore schießen. Du lässt mich extra hin. Was denkst du, du hast eine Chance? Nudge laut, Junge. Nudge kann nicht schießen. Nein! Natürlich, Junge. Hier in Greedy noch. Zack. Jawohl, Junge, stark. Wenig. Ja, mehr. Wenig sieht aus wie wenig. Ja? Ja, ja. Aber ein bisschen auch wie Ösi. Wie Ösi. Wenig. Du sagst, du kannst nicht spielen. Ja, ich bin nicht so gut. Ja, ja. Komm, wenig selbst. Besser als ich gedacht habe. Alter, mit sieben Toren Abstand. Ja, warte. 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 Ja, das ist besser als ich gedacht habe. Aber ich sage immer noch, mit fünf Toren gewinne ich noch safe. Sag ich noch. Ich bin Lazy. Ja, guck mal. Heino. Hey. Ach komm, ey. Erstmal, erstmal. Bitte nicht spielen. Ups. Matteo Vignetti. Scheiße. Oh mein Gott. Bruder, warum ist das so schnell? Das ist Farid Farid. Bruder, was ist das denn? Wie in der Champions League. Da kommt rein und er hat die Clips. Erstmal. Sag. Zwei. Jetzt fielst du jetzt. Warum zehn? Weil wir auf die zwei gerade. Guck mal, was soll das? Nichts. Adi du. Jawoll, Junge. Ja, ja. Kannst du auch ein Echt? Ja, kann der. Ja? Nein. Ey. Was machst du da? Bruder, musste sein. Musste sein. Ich kann ihn nicht verlieren, Digga. Ja, da war mehr drin, glaube ich, von mir. Aber jetzt, glaube ich, verdient am Ende. Aber noch nicht vorbei. War noch nicht vorbei. Ja. Okay, dann entscheidend. Wir müssen gleich wieder schließen. Für was habe ich einen Boost? Scheiße, Bruder. Ich guck's auch noch. Die Kamera ist an. Ich habe nicht gesehen. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht, Digga. Ey, mein Gott. Nicht hochladen. Kann man nicht hochladen, bitte. Das war zu einfach. Nicht hochladen, bitte. Wo ist der Nächste? Unglaublich. Egal. Ich war klar besser. Im Spiel.